Ein großes Head & Shoulders auf dem Daily Time Frame sowie der gestrige Bearish-Wochen-Close. Diese beiden Katalysatoren könnten jetzt den Bitcoin-Kurs erneut abstürzen lassen. Über dieses Thema wird Liam gleich gemeinsam mit euch in der Chart-Analyse sprechen. Finn wird sich mit euch im On-Chain-News-Part einmal die Balance auf Exchanges anschauen. Diese ist sehr unterschiedlich zu den bisherigen Bullenmärkten und MicroStrategy kauft erneut für 150 Millionen US-Dollar BTC nach. Das Ganze gleich direkt mit Finn im News-On-Chain-Part. Wenn euch das Video ganz am Ende gefallen hat, wie immer, würde es uns natürlich sehr supporten, wenn ihr uns einmal einen Daumen nach oben hier auf dem Video da lasst und gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wo morgen zu der Uhrzeit unseres Videos, also normalerweise 15, 16 Uhr, der Bitcoin-Kurs stehen wird. Das würde mich jetzt einmal sehr interessieren. Jetzt möchte ich euch aber gar nicht länger aufhalten und wir starten einmal direkt rein ins Video. Die Bitcoin-Exchange-Transaction-Dominance, also wie viele Bitcoin auf Exchanges eingezahlt werden und wie viele ausgezahlt werden, ist seit einigen Monaten jetzt im Negativen. Bedeutet, es werden mehr Bitcoins ausgezahlt, als eingezahlt werden auf Exchanges und die Einzahlung, also die Deposits auf Exchanges, hier unten im Grün, haben jetzt sogar ein Jahrestief erreicht. Das Ganze ist natürlich eine ziemlich interessante Entwicklung. Wir hatten ja, sag ich mal, Anfang des Jahres 2023 so gesehen, dass hier immer mal die Auszahlungen deutlich, die Einzahlungen übertroffen haben. Das lag natürlich auch daran, dass viele Leute jetzt mehr darauf setzen, ihre Bitcoins auf ihren eigenen Wallets zu haben und eben nicht mehr auf zentralisierten Exchanges, weil diese eben, wie wir in der Vergangenheit jetzt gerade im Bärenmarkt natürlich gesehen haben, pleite gehen können. Dann sind erstmal zumindest die Bitcoin weg. Oder es kann natürlich auch gut sein, dass die für immer wechseln. Das will man natürlich nicht haben, deswegen setzen viele Leute jetzt vermehrt darauf, ihre Bitcoin auf eigenen Wallets zu haben, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist. Trotzdem ist das Ganze für uns natürlich eine sehr interessante Entwicklung, weil man darf nicht vergessen, umso weniger Bitcoin auf den Exchanges sind, umso weniger schnellen Verkaufsdruck gibt es auch auf Exchanges, weil die Leute natürlich erstmal wieder, um Bitcoins zu verkaufen oder einen größeren Teil ihrer Bitcoins, die, sag ich mal, längerfristig halten wollen, zu verkaufen, müssen sie erstmal wieder an Exchanges schicken und dann sich dazu auch noch entscheiden, wenn sie dort wieder zu verkaufen. Was bedeutet das Ganze jetzt für uns? Insgesamt zeigt uns das natürlich, dass auf den Exchanges immer weniger Bitcoin zur Verfügung stehen zum Handeln bzw. zumindest auf den Exchanges gehalten werden. Was jetzt hier eine sehr interessante Entwicklung natürlich ist, wir hatten ja hier beim Hochpunkt, sag ich mal, wo maximal viele Bitcoin auf Exchanges waren, kurz nachdem hier den Corona-Crash mehr oder weniger gesehen hatten, da waren wir knapp bei 3 Millionen Bitcoin, die sich auf Exchanges befunden haben. Inzwischen sind wir schon deutlich abgefallen. Ich würde jetzt mal schätzen, hier so ungefähr bei 2,3 Millionen, 2,4 Millionen Bitcoin, die hier auf Exchanges sind. Was natürlich insgesamt interessant ist, wie lange sich dieser Trend jetzt noch fortsetzt. Denn tendenziell muss ja eigentlich kein Mensch seine Bitcoin auf Exchanges halten. Eigentlich macht das sogar wenig Sinn, weil man eben, wie gesagt, auch mit eigenen Wallets deutlich besser, deutlich sicherer fährt. Und das Einzige, warum Bitcoin auf Exchanges sind, sind für Leute, die sich in Anführungszeichen nicht genug mit der Thematik auskennen, keine Lust haben, sich damit näher zu beschäftigen, sag ich mal, wie man das jetzt auf einer eigenen Wallet hoddeln könnte, die Bitcoin. Oder natürlich, wenn sie mit dem Bitcoin wirklich traden wollen. Aber auch hier tendieren ja inzwischen immer mehr Leute zu, sag ich mal, nicht Coin-Margin zu traden, sondern meinetwegen USDT oder USDC-Margin zu traden. Also auch hier müssten wir sozusagen, in Anführungszeichen, nicht mehr unglaublich viele Bitcoin auf Exchanges haben. Das heißt, dieser Trend könnte sich noch eine ganze Zeit fortsetzen und könnte langfristig meiner Meinung nach auch die Volatilität von Bitcoin, gerade in Phasen, wo es, sag ich mal, nach unten geht, deutlich einschränken. Trotzdem darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn wir jetzt wieder mehr Kaufdruck bekommen sollten, sind in Anführungszeichen zu wenige Bitcoin zur Verfügung, die eben verkauft werden, in Orderbox gelistet sind. Und das könnte natürlich den Preis auch wieder sehr schnell nach oben drücken, weil nicht mehr genug Angebot für die Nachfrage haben, die wir gegebenenfalls bekommen könnten. Gerade natürlich, wenn der Bitcoin-Preis, sag ich mal, beispielsweise jetzt, wenn die Spot ETFs angenommen werden oder das Harving durch ist, könnte beides ein deutliches Kaufinteresse auslösen. Und wenn dann eben das Angebot nicht gleichmäßig erhöht wird, dann wird sich der Preis natürlich nach der normalen Markttheorie erstmal erhöhen. Entsprechend positiv, muss ich sagen, sehe ich diese ganze Entwicklung auch hier und gehe auch davon aus, dass sich das Ganze erstmal weiter fortsetzen wird, weil es eigentlich keine sonderlich guten Gründe gibt, warum, in Anführungszeichen, so viele Bitcoin auf Exchanges sein sollten. So, letzte Sache, die wir uns jetzt nochmal anschauen wollen, ist die News, dass MicroStrategy jetzt erneut für knapp 150 Millionen US-Dollar Bitcoins nachgekauft haben. Sie haben insgesamt jetzt knapp 158.000, 160.000 Bitcoin ungefähr im Wert von knapp 4,7 Milliarden US-Dollar, sind damit mehr oder weniger der zweitgrößte institutionelle Halter von Bitcoin. Nach dem Grayscale ETF natürlich diese 150 Millionen, die sie jetzt nochmal gekauft haben, waren knapp 5.500 Bitcoin. Sie haben ja schon zweimal dieses Jahr nachgekauft gehabt, einmal knapp 12.000 Bitcoin, einmal knapp 1.000 Bitcoin. Also auch hier sehen wir weiter, dass auch gerade institutionelle Investoren immer noch großes Kaufinteresse haben. Vermutlich natürlich auch, weil hier darauf spekuliert wird, dass gegebenenfalls die Spot ETFs in den kommenden Monaten angenommen werden. Und das wäre natürlich eine extremst bullische Sache für Bitcoin. Trotzdem sollten wir uns natürlich jetzt die Charts nochmal anschauen. Das macht Liam wie gewöhnlich mit euch und dafür gebe ich weiter. Ciao, ciao. Servus Leute und auch nochmal willkommen zurück zur Chartanalyse. Wir wollen uns heute auf jeden Fall nochmal Weekly, Daily und Outly Timeframe anschauen. Wir hatten ja einen sehr interessanten Weekly Close, haben auf dem Daily Timeframe noch ein fettes Pattern und auf dem Outly Timeframe sind wir ja jetzt auch ausgebrochen, genau in den Supportbereich, den ich gestern im Video erwähnt habe. Das heißt Leute, wir starten gleich rein, haben viele interessante Themen und vorher möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, ihr sehr gerne ein Abonnement da lassen könnt und die kleine Glocke aktivieren könnt. Wir laden seit über 500 Tagen Daily Updates hoch. Das bedeutet, ihr werdet spätestens alle 24 Stunden up-to-date gehalten und wie gesagt, das ist natürlich alles komplett kostenlos. Also lasst gerne ein Abonnement da, dann bleibt ihr immer up-to-date und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal in den Weekly Chart. Und zwar habe ich gestern in meiner Analyse ja erzählt, dass es hier schwierig wird, beziehungsweise ein sehr bearischer Weekly Close wird, wenn wir erneut eine Weekly Candle haben, die hier unseren Widerstand antestet und danach vielleicht sogar rot schließt. Und im Verlaufe des gestrigen Tages sah es dann ganz danach aus. Wir waren zwar zwischenzeitlich noch einigermaßen positiv, aber spätestens als dann Richtung Abend hin das Short Breakout kam, sah das Ganze natürlich anders aus und dann haben wir letztendlich die Weekly Candle auch negativ geschlossen. Das bedeutet, wir können hier fest von einem fetten Bounce weg nach unten hin von unserer Widerstandslinie, von der Trendlinie auf dem Weekly Chart hier reden. Das bedeutet, ich würde sagen, als nächstes können wir weekly technisch hier tendenziell eher wieder die 25.200 US-Dollar warten, als hier über die, ich sage jetzt einfach mal, 27.500, 27.700 US-Dollar drüber zu kommen. Das sieht natürlich erstmal momentan sehr danach aus, als würde das Ganze so laufen. Wenn wir jetzt mal vorgehen auf den Date Chart, dann können wir auf dem Date Chart auch erkennen, habe ich hier mal ein anderes Fibonacci Retracement eingezeichnet, und zwar von diesem Lowpunkt hier hoch, eben für dieses Retracement quasi von diesem Hoch hier nach unten. und wir haben dazu hier noch ein Head & Shoulders Pattern. Das kann man jetzt auf dem Date Chart nicht ganz so gut erkennen. Ich habe es aber trotzdem auf dem Date Chart eingezeichnet, weil es auf dem Vor-Auli recht, ja, ich sage jetzt mal recht unübersichtlich ist. Und ich denke, man kann hier aber erkennen, was ich meine. Wir haben hier einen recht hohen Head, kleine Schultern, aber das Ganze ist natürlich auch schon nach unten hin ausgebrochen. Und das Breakout-Target von diesem Head & Shoulders Pattern würde ziemlich genau, wenn wir jetzt einfach mal nur hier auf die Closest gehen und nicht auf die Wigs, die noch weiter oben sind, bei ca. 25.700, 25.800 US-Dollar liegen. Und dann wäre es natürlich erstmal interessant, denn natürlich haben wir bei 25.800 unsere Seitwärtsbewegung, die sich ja jetzt hier von 26.200 US-Dollar bis 25.800 erstreckt. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass falls wir das Breakout so weiterführen, wir ganz schnell auch mal wieder hier unten bei den 25.200 US-Dollar sein könnten. Wie gesagt, einfach nur, weil das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Support-Level für uns ist. Und ich mir persönlich und vielleicht auch viele Leute von euch sich sehr gut vorstellen können, dass wir bis das Harving kommt im Jahr 2024, im April müsste das ungefähr sein, dass wir dort nochmal niedrigere 20er-Kurse beim Bitcoin-Preis sehen. Mindestens 22.000 bis 20.000 US-Dollar. Natürlich kann man jetzt immer noch darauf spekulieren, dass es noch weiter runter geht oder nicht so weit runter geht. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir hier von den 25.200 US-Dollar nochmal mindestens 3.000 US-Dollar nach unten fallen können. Und dementsprechend bleibe ich hier immer etwas vorsichtig, was das Ganze angeht. Denn ich möchte natürlich nicht hier irgendwie aus einer Long-Position rausgestoppt werden. Das bedeutet, ich behalte die 20.000 US-Dollar immer mal als realistisch im Auge. Und natürlich, wie gesagt, wir haben hier jetzt einen fetten Bounce gesehen. Wir haben es hier nicht über die 27.200, 27.300 US-Dollar geschafft. Und dementsprechend wurden wir jetzt auch wieder sehr stark abverkauft. Wir sind momentan wieder fast unter 26.000, ziemlich genau bei 26.000 momentan. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir heute im Verlauf des Tages noch unter die 26.000 fallen. Und das wäre dann natürlich auch wieder ein sehr bearisches Zeichen. Denn sollten wir die Day-Kernel unter 26.000 schließen, was natürlich auch wieder wegen der glatten Tausenderzahl so als psychischer Support dient, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir recht schnell hier weiter nach unten fallen werden und eventuell nochmal niedrigere Preislevel sehen werden. Und Leute, falls ihr auch darauf traden wollt, aber euch noch nicht registriert habt bei einem Exchange, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne über unseren BitGet-Link tun. Der ist immer unten in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr nochmal zusätzlich bis zu 4.163 Dollar Bonus auf euer eingezahltes Geld. Habt niedrige Exchange-Gebühren bei BitGet sowieso. Und wie gesagt, das ist komplett kostenlos und ihr zahlt die Fees so oder so. Das bedeutet, ihr könnt uns komplett kostenlos supporten für den Daily-Content, den wir täglich bringen. Das Ganze natürlich auch ohne Werbung und kostenloser Content. Also dementsprechend, falls ihr uns supporten wollt, dann registriert euch einfach hier rüber und tradet über unseren BitGet-Affiliate-Link. Und dementsprechend, Leute, wollen wir uns auf jeden Fall jetzt nochmal den Stundenchart anschauen, denn wir wurden ja jetzt hier nochmal abverkauft, gerade Richtung Ende des gestrigen Tages, würde ich jetzt mal sagen, hat man das hier erkannt. Und wir hatten ja hier gestern noch unser Symmetrical Triangle eingezeichnet. Das habe ich jetzt schon wieder rausgelöscht. Ich kann es ja nochmal hier kurz einzeichnen. Das war ungefähr so. Wir haben auch in den Videos schon gesagt, dass wir wahrscheinlich, ich glaube, ich habe es tatsächlich auf dem 1-Stunden-Chart gezeigt. Ich möchte aber jetzt was auf dem 4-Stunden-Chart zeigen. Und zwar hatte ich die Trade-Idee auch genauso gesagt. Wir hätten hier den Trade, also wir haben den Trade reingemacht, haben dann getradet hier auf die 26.200 US-Dollar hier unten. Preistarget wurde perfekt gefüllt. Ich persönlich muss leider sagen, das muss man natürlich auch erwähnen, passiert natürlich auch manchmal. Und zwar hatte ich meinen Stop-Loss bei 26.700 US-Dollar. Das heißt, ich wurde um 40 Punkte, also um 40 US-Dollar leider outgestoppt. Und damit wurde meine Position leider nicht offen, beziehungsweise ist nicht offen geblieben, bis wir hier unten waren. Und ich konnte leider die Profite nicht mitnehmen. Ich hoffe, einige von euch haben den Move getradet und hatten ihren Stop-Loss nicht so knapp über dem Entry, wie ich das dort hatte. Wir hatten ja dann gestern hier, jetzt gehen wir nochmal auf den 1-Stunden-Chart, hatten wir hier zwischenzeitlich diese sehr krasse, ja, sehr krass volatile Bewegung, wo wir nochmal kurz nach oben gepumpt sind und dann hier komplett abverkauft wurden. Und eben im Zuge dessen wurde dann leider meine Position gestoppt. Aber Leute, ich hoffe trotzdem, wie gesagt, dass ihr das mitnehmen konntet, dass ihr euren Stop-Loss nicht so knapp hattet und dieses Preismovement hier auf die 26.200 US-Dollar vielleicht auch immer noch offen getradet habt. Und dementsprechend, Leute, können wir hier auch wieder erkennen, habe ich hier eine Support-Linie eingezeichnet, und zwar 26.200 und man könnte hier jetzt noch die 25.700, 25.800 ungefähr in diesem Bereich hier einzeichnen, denn das wäre dann wahrscheinlich so die Seitwärtsbewegung, die uns hier jetzt mit dem Long-Volumen auch ein bisschen noch drüber hält. Aber wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, wir haben hier mit einer 4-Auli-Candle wieder unter einem wichtigen Support geschlossen. Das bedeutet, es könnte sein, dass wir jetzt noch weiter nach unten ausbrechen. Allgemein müssen wir aber auch sagen, dass der 4-Auli oder der 1-Auli-RSI momentan einigermaßen niedrig ist. Das heißt, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir hier erst nochmal eine kleinere Seitwärtsbewegung sehen, bevor es dann weiter nach unten geht. Allgemein aber, ihr könnt es hier auch nochmal erkennen, hier haben wir die eine Schulter, den Head und die zweite Schulter. Allgemein denke ich aber trotzdem, dass das Breakout von unserem Head-and-Shoulders-Pattern weitergeht und wir recht bald hier wieder die 25.200 US-Dollar sehen werden. Jetzt müssen wir nochmal kurz auf den ganz, ganz großen, auf den Monatschart, denn die Monatskerze wird ja auch in fünf Tagen schließen und das habe ich ja auch im letzten Video erwähnt. Und zwar könnte das auch nochmal spannend werden, dass sollten wir die Monatskerze jetzt nochmal rot turnen, dann rot schließen oder vielleicht sogar in unserer Supportzone hier von 24.300 bis 25.200 US-Dollar schließen, dann wird natürlich ein Short-Breakout in die niedrigen 20er-Richtungen nochmal deutlich wahrscheinlicher. Und Leute, dementsprechend war es das mit dem Video, behaltet das auf jeden Fall mal im Auge, gerade wie das jetzt mit dem Head-and-Shoulders-Breakout weitergeht, aber Leute, hier werdet ihr ja sowieso up-to-date gehalten und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da und ansonsten sehen wir uns zum Video morgen wieder. Bis dann, Leute, ciao!